Damals wurde es oft als notwendiges Übel empfunden, heute gilt es als nettes Mode-Accessoire – die Kickstart-Umschaltung. Man kann, mag es nun Sinn machen oder nicht, in beinahe jedem Amiga alle Kickstart-Version einsetzen. Lediglich beim A1000, CDTV und CD32 geht dies, zumindest nicht ohne weiteres, nicht so einfach. Realisieren kann man das entweder per Software mit Programmen wie S-Kick oder mit Umschaltplatinen. Hat man eine Festplatte im Amiga installiert, so wäre es jetzt mit so einer Umschaltplatine doch schön, wenn der Amiga immer mit der dazugehörenden Workbench starten würde. Also beispielsweise, wenn Kickstart 1.3 gewählt ist, soll auch die Workbench 1.3 kommen und wenn Kickstart 3.1 geladen wird, soll die Workbench 3.1 kommen. Diesem Beispiel wollen wir nun nachgehen, da die Kickstarts 1.3 und 3.1 die wohl häufigsten Kickstart-Versionen sind, die auch heute immer noch gerne genommen werden. Und darum geht es heute. IST-Chips25 kickt die richtige Workbench. Viel Spaß! Um das Ganze erstmal komfortabel und einfach zu simulieren, verwende ich für den Versuchsaufbau die Amiga-Emulationssoftware WinUAE für Windows. Wer mit dieser Software noch überhaupt nicht gearbeitet hat, sollte sich vielleicht erst einmal die Folge 1 der IST-Chips anschauen. Entgegen der üblichen Vorgehensweise schauen wir uns nun erst einmal das Endergebnis an und bröseln dann Schritt für Schritt auf, wie wir dahin kommen. Wir wählen also Kickstart 1.3 und starten die Emulation und siehe da, ganz unspektakulär, die Workbench 1.3 wird geladen. Jetzt tauschen wir das Kickstart 1.3 gegen 3.1 und resetten die Emulation. Schwupps! Workbench 3.1 in voller Pracht. So soll es sein, so sieht unser Ziel aus. Na, also gucken wir jetzt mal, wie wir das hinkriegen. Als Versuchsumgebung schaffen wir uns ein Amiga 500 mit einem Megabyte Chip-RAM und, damit alles etwas flotter von der Hand geht, zwei Megabyte Fast-RAM und eine HDF, also eine Harddisk-File, welche unsere Festplatte simulieren soll. Wenn ihr das Ganze hier nachbasteln wollt, dann braucht ihr WinUAE, die Image-Dateien der Kickstart ROMs 1.3 und 3.1, sowie die Disketten-Images der Workbench 1.3 und 3.1, idealerweise im ADF-Format. Wir simulieren das Ganze jetzt erst mal, auf was es bei der Umsetzung auf echte Hardware ankommt, das schauen wir uns dann später an. Wir erstellen für unsere Simulation zunächst eine Harddisk-File. Diese kann zu unseren Versuchszwecken sehr klein ausfallen, denn wir wollen lediglich die Workbench 1.3 darauf installieren und als Speicherkapazität können wir uns also mit niedlichen 10 Megabyte absolut zufrieden geben. Ins virtuelle Laufwerk DF0 legen wir jetzt das ADF der Workbench 1.3 ein und starten unsere Emulation. Nach dem Start bekommen wir als DH0 die HDF-Datei der Festplatte angezeigt. Ein Doppelklick darauf funktioniert allerdings nicht, da unsere Festplatte noch nicht formatiert ist. Dies machen wir mit einem Rechtsklick, Disk und Initialize. Spätestens jetzt merkt ihr, dass es durchaus Sinn macht, die Partition für die Workbench 1.3 so klein zu wählen. Denn hier in der grafischen Benutzeroberfläche der Workbench 1.3 gibt es kein Quick-Format. Wer da etwas Größeres am Start hat als 10 Megabyte und das entsprechend schneller formatieren möchte, die Quick-Format-Funktion gibt es durchaus. Dazu muss man in die Shell gehen und den Befehl eingeben, Format, Drive, DH0, Name, in unserem Fall Workbench 1.3 und anschließend Quick. Aber das erstmal nur so nebenbei. Wir machen das Initialisieren, also das Formatieren hier jetzt mit der GUI. Anschließend hat unsere Festplatte nun den recht leeren Namen Empty. Das ändern wir mal in Workbench 1.3, damit wir später den ganzen Kram auseinanderhalten können. Jetzt kopieren wir einfach den kompletten Disketteninhalt der Workbench 1.3 auf unsere frisch formatierte Festplatte. Das geht mittels der Shell und dem Befehl Copy DF0.ALL DH0. Wir wollen also alles inklusive aller Verzeichnisse und Unterverzeichnisse von der Diskette DF0 auf die Festplatte DH0 kopieren. Die Funktion Alles anzeigen, welche innerhalb eines Workbench-Fensters wirklich alle Dateien und Verzeichnisse, also auch die ohne Icon-Piktogramm-Datei anzeigen lassen kann, gibt es leider erst ab der Version 2. Daher müssen wir das Kopieren unter Version 1 auf diesem Wege von Hand durchführen. Um zu prüfen, ob der Spaß funktioniert hat, gehen wir per F12 zurück in das Win-UAE-Menü und nehmen die ADF-Diskettendatei aus dem virtuellen Laufwerk und resetten unseren emulierten Amiga. So, damit hätten wir also nun eine bootfähige Festplatte mit Workbench 1.3 erstellt. Herzlichen Glückwunsch! F12 wieder raus ins Win-UAE-Menü. Wir wiederholen nun den Vorgang und erstellen eine HDF-Datei. Wie gesagt, 10 MB sind absolut ausreichend, um darauf die Workbench 3.1 zu installieren. Die neue HDF-Datei wird automatisch DH1 genannt und das ist okay so. Vorübergehend nehmen wir die als DH0 bezeichnete HDF-Datei, die mit unserer Workbench 1.3 darauf, wieder heraus aus der Emulation. Damit die Installation der Workbench 3.1 etwas komfortabler von der Hand geht, aktivieren wir alle emulierbaren Diskettenlaufwerke, also DF0 bis DF3 und legen dort ADFs des Workbench 3.1-Diskettensatzes ein. Wichtig dabei ist nur, dass die Install-Disk in DF0 sein muss, weil hiervon wollen wir booten. Jetzt wechseln wir noch unser Kickstarter-ROM von 1.3 auf 3.1. Und los geht's! Starten wir die Emulation und es wird von der Install-ADF gebootet. Die Festplatte DH1 gilt noch als NDOS, also gehen wir per Rechtsklick auf Icons, Format-Disk und führen nun ein Quick-Format aus. Lasst die Einstellungen hier so, wie sie sind. Wir wollen mit voller Absicht keinen internationalen Modus und kein Fast-File-System. Als Bezeichnung für das Laufwerk wähle ich Workbench 3.1. Aber Achtung, nicht Workbench 3.1 zusammenschreiben, so heißt nämlich schon eine der Disketten des Workbench 3.1-Diskettensatzes. Wenn der Name doppelt belegt ist, geht die Installation in die Hose, weil das Object in Use ist. Also ein Leerzeichen zwischen Workbench und 3.1 machen. Nun können wir eine ganz normale Festplatten-Installation durchführen. Also auf die Install-Diskette, Verzeichnis Install und dann Deutsch. Die Installationsroutine ist selbsterklärend. Wenn die Installation durchgelaufen ist, entnehmen wir den Installations-Diskettensatz der Workbench 3.1 und führen einen Neustart aus. Jawoll, alles gut. Wir haben nun also auch eine bootfähige Workbench 3.1 auf Festplatte. Naja, und jetzt müssen wir die beiden ja nur noch irgendwie zusammenkriegen. Dazu müssen wir die Antwort auf die Frage kennen, ab wann und wie wir die Version des Kickstart-Roms auslesen können und wie wir den Amiga dazu bringen, danach zu entscheiden, welche Workbench er nutzen soll. Glücklicherweise gibt es den Befehl Version oder Version. Geben wir diesen einfach mal so in einer Shell ein, liefert uns der Amiga die Version des aktuell aktiven Kickstart-Roms und der Workbench. Hier unter 3.1 ist es die Version 40.6.3. Die Workbench-Version interessiert uns nicht. Also brauchen wir eine spezifischere Abfrage und erweitern unsere Abfrage auf Version Exec Library. Die Exec-Bibliothek ist zentraler Bestandteil des Kickstarts und über ihre Version können wir Rückschlüsse auf das eingesetzte Kickstart ziehen. Unsere Exec Library und der Kick 3.1 hat die Version 40.1. So, also wir haben damit unsere abzufragende Variable gefunden. Jetzt bleibt noch die Frage, wo wir diese Abfrage positionieren. Dazu muss man wissen, dass der Amiga nach dem Einschalten auf seinem ersten Bootlaufwerk nach dem Ordner S und darin nach der Datei Startup Sequence sucht. Ja, ja, kreuzigt mich nicht. Bei den vielen Spielen und einigen Programmen mit eigenem Bootsektor ist dies nicht der Fall. Das sind die Disketten, auf welche man unter der Workbench auch in aller Regel keinen Zugriff erhält. Aber diese Ausnahmen sollen für unseren Fall hier jetzt erstmal keine Rolle spielen. Die Datei Startup Sequence ist, für die PC-Kenner unter euch, in etwa gleichzusetzen mit der Auto Exec Bud unter MS-DOS. Es ist also eine Stapelverarbeitungsdatei, die beim Hochfahren des Amiga ausgeführt wird und in der Befehle stehen, welche man auch aus einer Shell heraus ausführen kann. Starten wir nun wieder unsere Workbench 1.3 mit Kickstart 1.3. DH1 mit der Workbench 3.1 schmeißen wir mal raus aus der Emulation und nehmen dafür wieder unser DH0 mit der Workbench 1.3 hinein. Wir starten die Emulation und öffnen eine Shell und wechseln in das Verzeichnis S. Es befindet sich direkt im Hauptverzeichnis. Wir können es auch aus jedem anderen Verzeichnis heraus direkt per CD-S-Doppelpunkt erreichen, da das Verzeichnis S und weitere Verzeichnisse mit dem Assign-Befehl in eben dieser Startup Sequence quasi von überall aus erreichbar gemacht worden sind. Dies ist für die Standardisierung und Erweiterung der Software sehr vorteilhaft und es wird uns auch in diesem Video später noch schön in die Karten spielen. Wir machen jetzt erstmal das Allerwichtigste. Copy Startup-Sequence Startup-Sequence.bug oder wie auch immer ihr eure Sicherungsdatei nennen wollt. Wir erstellen also ein Backup der funktionierenden Startup Sequence. Hat man nämlich mal die Startup Sequence unglücklich verpfuscht, so will der Amiga nicht mehr richtig booten und das ist sehr lästig. Deswegen vor dem Rumfummeln den Kram sicher. Wenn wir gerade schon so schön am Kopieren sind, machen wir das gleich nochmal. Copy Startup-Sequence Startup-Sequence 1.3 Sinn und Zweck dieser Aktion wird sich euch später noch erschließen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir editieren die Startup Sequence mit dem Befehl Add Startup-Sequence. Das gebt nicht aus lauter PC-Gewohnheit Edit Startup Sequence ein. Dies startet den Zeileneditor. Das ist ein Software-Relikt, welches man meiner Meinung nach meiden sollte. Hier seht ihr nun den Inhalt der Startup Sequence. Ich muss mir mal überlegen, ob ich eine separate Folge machen werde, die sich nur alleine mit der Startup Sequence beschäftigt. Das wäre mit Sicherheit noch ein programmfüllendes Thema. Heute ignorieren wir mal alles, was hier steht und hauen mit mehrfachem Drücken von Control und B alle vorhandenen Zeilen restlos raus. Genau denn los. Jetzt klopfen wir folgende Zeilen hinein. Version, Nil, Exec Library, 35. Das Nil sorgt dafür, dass keine Ausgabe des Abfrageergebnisses auf dem Bildschirm stattfindet. Gleichzeitig wird aber auch kein Error ausgegeben, sollte die Abfrage ungültig sein, also beispielsweise ein Tippfehler enthalten. Excel Library statt Exec Library. Ja, blödes Beispiel, klar. Auf gut Deutsch übersetzt bedeutet diese Befehlszeile Ist die Version der Exec Library mindestens 35? Wenn der Amiga auf diese Frage hin warnt, dass es eben nicht so ist, wie es bei Kickstart 1.3 ja der Fall ist, dann soll die Workbench 1.3 geladen werden. Demzufolge schreiben wir Wir wollen den Befehl assign noch öfter verwenden, ohne immer zu dem vollen Pfad dh0.c angeben zu müssen. Indem der Befehl assign liegt, machen wir zunächst das Verzeichnis dh0.c, also das c-Verzeichnis der Workbench 1.3, alle erreichbar, von jedem Ort im Verzeichnissystem aus. Assign sys-doppelpunkt dh0-doppelpunkt Damit machen wir das Laufwerk dh0 zum Systemlaufwerk sys, denn die Partition mit der momentan laufenden Workbench muss für das System unter sys erreichbar sein. Assign s-doppelpunkt sys-doppelpunkt s Dies geschieht normalerweise automatisch, wenn man nur mit einem Kickstart und einer Workbench arbeitet. Daher findet man diesen Befehl auch in keiner normalen Startup-Sequence. In unserem Fall müssen wir aber das Verzeichnis s der Workbench 1.3 alle erreichbar machen. Execute s-doppelpunkt start-up-sequence 1.3 Damit starten wir nun die originale Startup-Sequence der Workbench 1.3, welche wir ja vorhin 1 zu 1 kopiert hatten. Und hiermit wird letztendlich dann die Workbench 1.3 auch gestartet. Die IF-Schleife ist also nun hier beendet und die Boot-Routine des Amiga schwenkt hier heraus in die Startup-Sequence der Workbench 1.3 und bootet dort ganz normal weiter. Wenn nun aber die eingängliche Abfrage der Version der Exec Library keine Warnung verursacht hat, die Version also tatsächlich mindestens gleich 35 oder höher ist, wie es beim Kickstart 3.1 der Fall ist, dann kommt jetzt der Block, welcher anstelle des oberen Blocks ausgeführt werden soll. Else dh1.c slash assign c dh1.c Das gleiche wie zuvor. Wir wollen den Assign-Befehl noch öfters verwenden und verweisen daher nun direkt auf das c-Verzeichnis der Workbench 3.1, welche ja auf dh1 liegt. assign sys dh1.c dh1.c Das ist soweit jetzt auch logisch, denn dh1 soll nun unser sys-Verzeichnis sein. assign s dh1.c s dh1.c 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 S-Verzeichnis der Workbench 3.1 und genau diese Startup-Sequence wird nun ausgeführt. Mit End-IF schließen wir ordnungsgemäß unseren IF-Block ab. Wir speichern nun unsere neue, selbstgeschriebene Startup-Sequence mit Tastendruck auf ESC und X. Mit F12 geht es nun erstmal wieder raus nach WinUAE. Wir binden nun als DH1 wieder unsere Workbench 3.1 in unsere Emulation ein. Wohlgemerkt nicht bootbar. Jetzt stellen wir unser Kickstart-ROM auf 3.1 und starten die Emulation. Es sieht zwar noch etwas ungewohnt aus, aber wir haben nun definitiv unter Kick 3.1 die Workbench 3.1 geladen. Warum wir hier nun ausgerechnet die falsche Farbpalette und den falschen Mauszeiger haben, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wohl bekannt ist uns aber, woher beide Settings kommen. Es sind die klassischen 4 Farben der Workbench 1.3 und deren Mauszeiger. Das ist allerdings kein ewiges Problem. Geht nun einfach unter Prevs in Palette. Hier seht ihr, dass eigentlich schon die korrekte Palette eingestellt ist. Daher müssen wir einfach nur nochmal auf Speichern klicken und schon passen die Farben von nun an und bis in alle Ewigkeit. Gleiches machen wir mit dem Pointer. Prinzipiell ist er schon korrekt, will halt nur nochmal gespeichert werden. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann macht jetzt einen Reset. Und ihr seht, Palette korrekt, Mauszeiger korrekt. Und jetzt machen wir die Gegenprobe. Raus wieder ins WinUAE und umgestellt auf Kickstart 1.3 und go! Tadaaa! Workbench 1.3. Es funktioniert! Nicht erschrecken! Erklärung kommt gleich! Ja, es ist nie verkehrt mit Kommentaren zu arbeiten, wenn es anfängt unübersichtlich zu werden. In der Startup Sequence kann man mit Sätzen eines Semikolons einen Kommentar einfügen. Und das macht durchaus Sinn, damit man selbst oder jemand anders später nachvollziehen kann, was man da so mal zusammengetippt hat. Diese Startup Sequence hier treibt den Spaß jetzt auf die Spitze und bietet uns die Möglichkeit, zwischen drei Kickstarts und den entsprechenden Workbenches umzuschalten. Im Einzelnen funktioniert das so. Abfrage, ob die Exec Library mindestens Version 35 ist? Wenn nicht, dann startet die Workbench 1.3. Anderenfalls kommt die Abfrage, ob die Exec Library mindestens Version 38 hat. Wenn nicht, dann startet die Workbench 2.1, welche sich auf DH2 befindet. Wenn alles nicht zutrifft, startet die Workbench 3.1 auf DH1. Die Workbenches 2.1 und 3.1 haben die gleiche Verzeichnisstruktur und hier kommt nun wieder unser Assign-Befehl zum Tragen. Je nachdem, welche Exec Library erkannt wurde, wird der Pfad für das Systemverzeichnis SYS festgelegt. So ist unter 2.1 SYS gleich DH2 und unter 3.1 gleich DH1. Und jetzt noch ein paar Punkte zum allgemeinen Verständnis, warum, wieso und weshalb. Warum richten wir alle Partitionen mit dem langsamen OFS-Dateisystem ein? Nun, die Frage ist absolut berechtigt, denn ab der Version 1.3 steht uns das schnellere Fast-File-System FFS zur Verfügung. Wenn wir aber aus einer niedrigeren Version als 1.3 heraus Zugriff auf die anderen Partitionen mit den höheren Workbenches darauf haben wollen, dann müssen diese ebenfalls OFS-formatiert sein, weil die Workbenches älter 1.3 schlichtweg kein anderes Dateisystem lesen können. Das heißt, zumindest nicht ohne weiteres. In unserem konkreten Beispiel hier, in dem die Version 1.3 die niedrigste ist, hätten wir getrost jedoch auch das Fast-File-System verwenden können. Wenn man vorhat, die gezeigte Aktion in WinUAE zu machen, das fertige Ergebnis aber in einem echten Amiga betreiben möchte, so gilt wieder, die physische Festplatte bzw. deren Ersatz – gern werden ja Compact-Flash-Karten genommen – immer in dem Controller partitionieren und formatieren, in dem die Platte später auch zum Einsatz kommen soll. Andernfalls bekommt man gerne mal einen Check-Summen-Error oder andere lustige Fehlermeldungen um die Ohren gehauen. Das einfache rüberkopieren der Workbench-Dateien und die Anpassung der Startup-Sequence kann man wieder ohne Bedingung unter WinUAE machen, wenn man die Amiga Festplatte in die Emulation mit eingebunden hat. Ah ja, und an der Stelle wieder, wer Compact-Flash-Karten benutzt, der denkt bitte beim Einrichten daran, unter Max-Transfer die 0x1FE00 einzustellen. Man kann es nicht oft genug sagen. Natürlich kann man die gesamte Einrichtung auch in einem echten Amiga mit einer echten Kickstart-Umschaltung und einer echten Festplatte machen. Wenn man diese Aktion allerdings zum ersten Mal in Angriff nimmt, ist es vielleicht besser, das Ganze erstmal in der relativ sicheren Umgebung von WinUAE zu simulieren. Nachher H1 noch zu Kickstart umschalten, weil es immer mal wieder gefragt und allen Ernstes auch mal falsch gemacht wird. Niemals das Kickstart im laufenden Betrieb umschalten. Immer erst den Amiga abschalten, am besten noch ein paar Sekunden warten, dann umschalten und danach erst wieder einschalten. Einen Live-Betriebssystemwechsel gibt es leider auch beim Amiga nicht. Zum Schluss wieder die zugegebenermaßen ekelhafte Frage nach der Sinnhaftigkeit. Und diesmal stehe ich der vorgestellten Aktion tatsächlich ziemlich skeptisch gegenüber. Denn nach meiner Auffassung ist das Kickstart 3.1 absolut ausreichend für nahezu alle Belange, die man an einem Amiga haben kann. Kickstart 2 ist ohnehin ungeliebt wegen diverser Unverträglichkeiten. Und Kickstart 1.3 ist zwar Amiga-Retro-Feeling pur, aber rein wegen der Funktionalität finde ich, dass es nicht mehr sein muss, sich damit herumzuschlagen. Und dazu kommt noch, dass man mit einer Kickstart-Umschaltung sich einen potenziellen Wackelkontakt-Kandidaten in den Amiga einbaut. Am Ende muss das Ganze natürlich wieder jeder für sich selbst entscheiden, ob er so etwas nun haben möchte oder nicht. Möglich ist es allemal. Natürlich ist der von mir gezeigte Weg nur eine der vielen Möglichkeiten, diese Aktion zu realisieren. Man muss nicht zwingend für die Workbenches unterschiedliche Partitionen verwenden. Unterschiedliche Verzeichnisse würden beispielsweise auch schon reichen. Aber das ist alles Geschmackssache. Und um jetzt noch ein bisschen Schleichwerbung zu machen, von der ich zwar rein finanziell überhaupt nichts habe. Mit der Turbo-Karte von Individual Computers ACA 500 habt ihr eine Turbo-Karte, welche bereits die Kickstart 1.3 und 3.1 dabei hat. Und welche man aus dem schicken Startmenü einfach per Tastendruck auswählen kann. Ihr braucht also keinen Wackelkontakt-Kandidaten in euren A500 einbauen. Das war die softwarelastige Folge 25 der ESC Chips. Die nächste Folge wird sich wieder etwas mehr mit Hardware beschäftigen. Und wenn ihr das hier nachbauen wollt, verzweifelt nicht, wenn bestimmte Passagen bei euch deutlich länger dauern als hier im gezeigten Video. Ja, ganz recht. Ich habe an sehr vielen Stellen mit Zeitraffer gearbeitet. Die emulierten Diskettenlaufwerke selbst, wenn man sie auf Turbo stellt, sind wirklich fürchterlich langsam. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch auch diese Folge wieder zugesagt hat. Denkt dran, ein Backup zu erstellen, bevor ihr in der Startup-Sequence herumschreibt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Adele, Ciao und Bye-Bye, euer Mick. Ble 지난, Ultimately � Game Edubato Update Ad sowas Edebato 1 Szeg Edebato Am Vi B adv Vi lång Dem 하세요 bist patch